Der Freitagmorgen im Springen gehört den Youngster und da haben wir die Siegerin bei uns. Mit Inliner hat sie souverän gewonnen, Eva Bitter. Wir wollen uns deinen Ritt mal anschauen. Vielleicht sag mal ein paar Worte noch zu deinem Pferd. Ja, Inliner ist ein achtjähriger Hengst vom niedersächsischen Landgestüt, stammt ab vom Iberio. Das Pferd oder der Hengst, mit dem Sören von Renne mal das Hamburger Derby gewonnen hat. Dann schauen wir mal in den Ritt hinein und vielleicht sagst du ein paar Worte. Ja, ich habe hier gleich flüssig angefangen. Man sieht jetzt den Anreiteweg zum ersten Sprung nicht. Aber ich habe mit einem Galoppsprung weniger angefangen als eigentlich fast alle anderen und habe das ganz gut erwischt. Habe ihm immer so ein bisschen Platz gegeben zum Sprung. Das hat er gerne. Er mag nicht so gerne mit dem Kopf davor geritten werden, so wie ich das gestern leider gemacht habe. Und ja, ich kann einfach nur sagen, macht Spaß, dieses Pferd zu reiten. Er ist wirklich fast immer null. Und ja, ich nenne ihn immer mein Spielzeug. Warum? Weil er so einfach ist und weil man wirklich das Gefühl hat im Parcours, er macht das gerne. Er weiß, worauf es ankommt und macht einfach Spaß mit dem Pferd. Hier kommst du jetzt vielleicht ein bisschen dicht, oder? Ja, genau. Aber eben, das kann er dann halt auch, wenn es mal so ist. Da ist er wirklich, er ist sehr, sehr vorsichtig und springt immer unheimlich gut hinten. Und ja. Du kommst auch richtig eng rum um die Wendung und deswegen die fantastische Zeit bei 61 bleibt stehen. Ja, ich glaube, die Ergebnisliste, die rahme ich mir ein, vor den beiden Hassmännern da gewonnen zu haben. Aber das kommt ja wirklich nicht oft vor und da habe ich mich schon gefreut, dass das heute Morgen so gut lief. Jetzt gibt es ja noch andere Youngster-Prüfungen. Da bist du wieder dabei. Genau. Morgen ist das Finale noch. Dann ein Springen mit Stechen. Da werden wir es halt nicht im ersten Umlauf schon so rasant angehen lassen, sondern erstmal versuchen, halt null zu bleiben. Und wenn wir dann ins Stechen kommen, dann greifen wir wieder an. Dann wünschen wir ganz viel Erfolg und Dankeschön fürs Kommen. Dankeschön. Vielen Dank.